Eine bestimmte Art von Vorträgen und YouTube-Videos erfreut sich aktuell einer großen Beliebtheit. In diesen werden neue Hintergründe und scheinbar geheime Fakten zum Krieg in der Ukraine präsentiert. Ob Daniele Ganser oder Gabriele Krone-Schmalz, sie begeistern ihr Publikum. Doch halten diese Vorträge auch einer Prüfung stand? Willkommen bei Verschwörungen und Fakten. Und das geht so. Lange Zeit war es ruhig geworden um Dr. Daniele Ganser aus der Schweiz. Das Corona-Thema lag ihm nicht so recht und sein X-Buch zum Bösewicht USA kam auch nicht gerade zur rechten Zeit. Das hat sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine schlagartig geändert. Sowohl seine YouTube-Videos als auch seine Vortragsveranstaltungen laufen aktuell richtig gut. Aber er ist natürlich nicht der einzige Protagonist, der auf diesen Zug aufspringt. Gabriele Krone-Schmalz oder auch Ulrike Geroh vertreten recht ähnliche Thesen zu dem Thema. Die Klickzahlen gehen teilweise in die Millionen, also höchste Zeit sich das Ganze mal näher anzugucken. Klar gibt es graduelle Unterschiede, aber im Grunde lautet die These wie folgt. Russland ist eine Art Opfer des Westens und wurde zu diesem Krieg geradezu genötigt. Diese besondere Erzählung vertreten wie gesagt einige Leute. Es macht daher wenig Sinn, sich das für jeden Einzelnen anzugucken. Daher nehme ich exemplarisch einen Vortrag von Dr. Daniele Ganser. Die wichtigen Versatzstücke wie NATO-Osterweiterung oder Rolle der NATO finden sich aber geradezu identisch bei Krone-Schmalz, Geroh und wie sie alle heißen. Aber nun genug der Vorrede, steigen wir mal ein. Der Vortrag Gansers, mit dem er aktuell auch durch die Stadthallen der Republik tingelt, liegt leider nur in einer geschnittenen Version vor. Sei es drum, er will ja schließlich noch Tickets verkaufen. Dadurch, dass der Vortrag geschnitten ist, entstehen Lücken. Daher habe ich mir auch diverse Interviews mit Ganser angeguckt und habe mir so ein größeres Bild machen können, wie er argumentiert. Soviel zur methodischen Einordnung. Kommen wir zu seinem ersten Punkt. Diese Aussage steht am Anfang seiner Ausführungen. Es ist die Aussage, die den Grundtenor des Vortrages legt. Daher gucken wir hier mal genauer hin und analysieren auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist die Argumentative. Hier wird ein Ursache-Wirkungs-Mechanismus ins Feld geführt. Und genau das geht schrecklich schief. Eine NATO-Osterweiterung ist selbstverständlich kein Automatismus, der Russland zu einem Krieg gegen die Ukraine zwingt. Diese Kausalkette existiert schlicht nicht. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Denn diese Behauptung hat ja eine Funktion. Und auf die kommt es letztendlich an. Es wird damit nämlich eine Umkehr der Täterschaft angestrebt. Russland wird so auf einmal zu einem Opfer, das sich letztendlich ja nur wehrt. Schuld sind andere. Und wer bei Daniela Ganser stets Schuld hat, steht ja außer Frage. Die USA. Und genau das ist die zweite Funktion, die diese Aussage hat. Sie soll ein Feindbild aufbauen und den Anti-Amerikanismus bedienen. Die dritte Funktion ist die Vereinfachung der Welt. Gesellschaftliche Prozesse, insbesondere so etwas wie Weltpolitik, funktioniere natürlich nicht nach einem Schema nach dem Motto, wenn Regen, dann nass. Wissenschaftliche Erkenntnis ist viel komplexer. Sie ist von Ambivalenzen geprägt, von Dialektik. Und genau das bringt mich zur dritten Ebene, der wissenschaftstheoretischen. Ganser zitiert hier Herrn Kennen, der seine Meinung im Jahr 1997 geäußert hat. Nur zur Erinnerung, da hieß der Präsident noch Jelzin und der Kanzler in Deutschland Helmut Kohl. Und ich dachte, dass Bundeskanzler nur so eine Art Vorname für den Mann aus Orgersheim ist. Aber das nur am Rande. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist der Begriff der Kontingenz. Ganser und Co. tun ja gerade so, als würde es einen Determinismus geben. Eine Zwangsläufigkeit, die von dem einen Ereignis zu dem nächsten Ereignis 25 Jahre später geführt hat. So wird in den modernen Sozialwissenschaften schlicht nicht argumentiert. Aber wir haben es bei Ganser ja auch nicht mit einem Wissenschaftler zu tun. Um den Punkt an einem Beispiel vielleicht noch einmal plastisch zu machen. Angenommen, Putin hätte Anfang des Jahres einen Herzinfarkt ereilt, dann wäre der Krieg so höchstwahrscheinlich nicht zustande gekommen. Warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Ganz einfach. Es ist genau diese Weltsicht, ohne Zufall, ohne Kontingenz, mit einem Schnürchen laufenden Plänen und Ereignissen, sowie einfachen Kausalketten, die relativ zielsicher zu verschwörungsideologischem Denken führt. Lasst uns jetzt einmal zur vierten und letzten Ebene kommen, der inhaltlichen. Was ist denn eigentlich das Problem mit der Osterweiterung der NATO? Die Geschichte, die Ganser, Krone, Schmalz und Co. erzählen, geht folgendermaßen. Die Osterweiterung der NATO würde Russlands sicherheitspolitische Interessen stören. Ich empfehle euch hier mal einen einfachen Trick zu machen. Er setzt jedes Mal im Kopf, wenn ihr diese Vorträge hört, diese Worte von sicherheitspolitischen Interessen, einfach mal durch imperiale Interessen Russlands. In den meisten Fällen ist nämlich nichts anderes gemeint. Putins Russland wähnt sich als eine Großmacht, mit imperialistischen Vorstellungen. Das lassen die selbsternannten Russland-Versteher komischerweise immer weg. Dabei ist es evident. Putin redet davon, Putin schreibt sogar Artikel darüber. Der emeritierte Professor für osteuropäische Geschichte, Andreas Kappela, zeigt dies eindrücklich anhand eines 2021 veröffentlichen Aufsatzes mit dem Titel Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Autor kein geringerer als Wladimir Putin. Kappela kommt bei der Analyse zu folgenden Schluss. Ich zitiere, Sein Aufsatz belegt, dass er, Wladimir Putin, und mit ihm viele andere Russen noch immer nicht akzeptiert hat, dass die Ukrainer eine eigene Nation mit ihrer eigenen Geschichte und Kultur sind und einen von Russland unabhängigen Staat haben. Er macht klar, dass Russland sich mit einem Ausscheiden der Ukraine aus der von Russland reklamierten und dominierten Interessenssphäre nicht abfinden wird. Zitat Ende. Von wegen also Sicherheitsinteressen. Vielmehr ist es so, dass dieser, nennen wir es mal, großrussische Mythos, eine wichtige Triebfeder für Putin ist. Und diese ist auch Teil der offiziellen Kommunikation. Aber schon klar, das passt dann nicht in das Narrativ, was auf der einen Seite das böse amerikanische Imperium ist und auf der anderen Seite das harmlose Russland. Und dann noch ein anderer Punkt. Die Leute, die immer von Russland Sicherheit schwadronieren, sollen doch einfach mal Ross und Reiter nennen. Wer zur Hölle soll denn bitte sehr Russland angreifen? Das hat mir noch keiner beantworten können. Die NATO-Staaten sind ja keine Entitäten wie bei dem Brettspielrisiko. Es sind größtenteils Demokratien. Nehmen wir doch einfach mal Deutschland. Welche Partei soll denn hier einen Wahlkampf damit gewinnen, dass Russland angegriffen wird und Hunderttausende, gar Millionen von Menschen in den Tod geschickt werden? Das ist doch vollkommen absurd. Nein, nein, die zweitgrößte Atommacht der Welt fühlt sich nicht bedroht. Sie hat imperiale Interessen und möchte diese durchsetzen. Das sollte man beim Namen nennen. Ach, und ein letzter Satz noch dazu. Es ist kein Geheimwissen, dass Länder wie USA oder China auch imperiale Interessen haben. Das legitimiert und relativiert aber in keinster Weise das Vorgehen Russlands mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Völkerrechtswidrige Taten sind unbesehen des Akteurs immer zu verurteilen. Jetzt bleiben wir noch einmal kurz bei der Osterweiterung und gucken uns die Ausführungen ganzers weiter an. Aber dann kommt Clinton, neun Jahre später und 1999 nimmt er Polen rein. Er nimmt Ungarn rein und Tschechien. Zack. Und das war ein Wortbruch. Das war gegenüber den Russen ein Wortbruch, weil man hat ihnen versprochen, die NATO wird sich keinen Zentimeter erweitern. Und natürlich ist Polen größer als ein Zentimeter. Und damit sind wir beim Mythos vom Wortbruch. Und das geht auf mehreren Ebenen schief. Der angeblich exakte Historiker Gansar spricht hier von Russland. Das Versprechen, was er aber meint, worauf er abzielt, ging natürlich in die Sowjetunion. Denn es stammt von 1990. Worum geht es? Im Februar 1990 fanden Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands statt. Und die BRD war damals NATO-Mitglied. Die Frage lautete also, würde die DDR sofort NATO-Gebiet werden, wenn sie mit dem Westen Deutschlands vereinigt würde? Allein schon deswegen eine brisante Frage, weil selbstverständlich in der DDR zu dieser Zeit Sowjet-Truppen stationiert waren. Und genau aus dem Kontext stammt die Aussage vom damaligen US-Außenminister Baker. Dieser sprach davon, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten ausweiten würde, wenn es zur Wiedervereinigung käme. Hier einen Wortbruch des Westens draus zu konstruieren, ist Desinformation. Im Übrigen stimmte Gorbatschow dann im Mai 1990 zu, dass auch das ehemalige Gebiet der DDR und damit das wiedervereinigte Gesamtdeutschland in der NATO verbleiben könne. Dieser angebliche Wortbruch ist ein Mythos. Und da ist sich die Wissenschaft völlig einig. Leider ist der Ganser mit diesem Märchen nicht alleine. Auch Gabriele Krone-Schmalz verbreitet dieses. So schreibt die Osteuropa-Expertin Franziska Davies von der LMU München zu diesem Punkt geäußert von Krone-Schmalz folgendes. Die These, dass es ein Versprechen an die sowjetische Führung gegeben habe, die NATO nicht zu erweitern, das gebrochen worden sei, verbreitet Krone-Schmalz seit Jahren. Diese These ist eine Legende. Sie ist vielfach widerlegt worden. Die auch von Krone-Schmalz zitierten Zusicherungen des damaligen US-Außenministers James Baker waren mit Washington nicht abgesprochen. Das angebliche Versprechen wurde nirgendwo verbindlich fixiert und Michael Gorbatschow versicherte 1990, dass die Staaten Ost-Mitteleuropas das Recht hätten, sich um Aufnahme in die NATO zu bemühen. Zitat Ende. Christian Nünlitz von der ETH Zürich kommt zu demselben Ergebnis, weist aber noch auf einen anderen, interessanten Gesichtspunkt hin. Ich zitiere, Dies entspricht dem heutigen Forschungsstand zur Kontroverse. Konkrete westliche Garantien bezogen sich 1990 nur auf die DDR. Aber der Westen täuschte die Sowjetunion gleichzeitig mit vagen Versprechen einer kooperativen, inklusiven europäischen Sicherheitsordnung, während die Bush-Regierung bewusst die exklusive NATO ins Zentrum der neuen Sicherheitsarchitektur in Europa rückte. Die Situation stellt sich also meiner Recherche nach wie folgt dar. Die höchste Ebene für eine solche Garantie an die Sowjetunion wäre ein völkerrechtlicher Vertrag. Den gibt es nicht. Hingegen existiert ein völkerrechtlich bindender Vertrag, dass Russland die Grenzen der Ukraine akzeptiert und nicht angreift. Gehen wir nun eine Ebene nach unten. Gab es so eine Art Versprechen, dass zwar nicht völkerrechtlich relevant wäre, aber immerhin? Auch hier ist die Antwort klar, nein, gab es nicht. Also müssen wir noch eine Ebene weiter nach unten steigen. Gab es so etwas wie vage Signale und Eindeutungen an die damalige Sowjetunion? Das kann man wiederum wohl bejahen. Wir finden uns folglich in einem Graubereich wieder. Die USA und der Westen sind weder die goldenen Engel, die keine machtpolitischen Interessen hätten, noch sind sie die Herrscharen des Teufels, die immer nur das Böse wollen. Kommen wir jetzt aber zurück zu Gansa und Krone Schmalz. Deren Darstellungen zum Thema sind nämlich falsch und tendenziös. Sie benötigen diese Verfälschungen, um ihre Geschichte zu erzählen und mit Argumenten zu unterfüttern. Am Beispiel Gansa können wir jetzt sehen, wie diese Falschdarstellung wirkungsvoll genutzt wird. Er schmückt das Gesagte nämlich dann im Weiteren wie folgt aus. Dieses ganze Gebiet ist schon in die NATO gekommen und da hat Bush gesagt, ja, uns fehlt da noch ein Stück, weil erst dann sind wir mit unseren Raketen nahe genug an Russland. Und für die Russen ist das eine Provokation. Aha, Bush sagte also, dass die Ukraine in die NATO müsse, damit man nahe genug bei den Raketen endlich an Russland dran wäre. Na, das hört sich doch einigermaßen aggressiv an, oder? So ein bisschen nach dem Angriffskrieg, vor dem Russland Angst haben müsste. Das ist, zumindest meines Erachtens nach, genau die Wirkung, die die Worte Gansas hier haben sollen. Die normale Lesart ist ja immerhin, dass man einem Verteidigungsbündnis beitritt, um Schutz zu suchen und nicht um jemanden anzugreifen. Immer wieder spannend, wie der selbsternahnte Friedensforscher ein Land wie die Ukraine zu einem reinen Objekt macht und ihm jeden Subjektstatus abspricht. In der Welt Nangele Gansas wird jede Entscheidung scheinbar von den USA allein getroffen. Kleinere souveräne Staaten oder gar verschiedene politische Milieus und Strömungen in einem Land werden dabei einfach weggewischt und negiert. Ähnlich finden wir dies auch bei Krone Schmalz. So ist es nicht verwunderlich, dass Franziska Davies zu dem Urteil kommt, ihr Blick auf die Ukraine ist ein kolonialer Blick. Zitat Ende. So ist es. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, dass die so friedensbewegten Ganser-Fans dies gar nicht registrieren. Aber kommen wir noch einmal zurück zu dem Zitat. Hat Bush das denn wirklich so gesagt? Zumindest präsentiert uns Ganser keine Quelle. Und ich habe auch keine Quelle für diese Aussage gefunden. Ich halte sie, ehrlich gesagt, für frei erfunden. Es soll wieder ganz nebenbei eine Täter-Opfer-Umkehr nahegelegt werden. Jetzt will ich diesen ganzen Komplex Osterweiterung abschließen und dafür Wladimir Putin selber das Wort geben. Dazu zitiere ich abermals Frau Davies. Sie schreibt, Mit den baltischen Staaten traten 2004 zum ersten Mal Staaten der NATO bei, die bis 1991 Teil der Sowjetunion gewesen waren. Putin reagierte gelassen. Auch wenn er diesen Schritt nicht befürwortete, so stellte er in einem Radio-Interview von 2001 klar, dass man Staaten im Hinblick auf ihre sicherheitspolitischen Entscheidungen keine Vorschriften machen könne. Das widerlegt die These, dass er einem Aktions-Reaktionsmodell die NATO-Osterweiterung zu Russlands Angriffskrieg geführt habe. Zitat Ende. Im nächsten Video gucken wir uns weitere Teile des Vortrages an. Und ich kann euch versprechen, es wird noch haarsträubender. Hier kommen dann auch Verschwörungsfans so richtig auf ihre Kosten. Das Video wurde euch präsentiert von meinen Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon. Thorsten, Koschi, Christian Claudia, Carlo Clem, Marc Platz, Daniel, Fabian Schild, Andrea, Richard und den Anonymen. Vielen Dank dafür. Drückt den Daumen nach oben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.